Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Tobi, von Terraria auf PS3. Heute mit dem Motto, ich grab mich bis zum Schatz. Zu welchem Schatz von, ich schatze, ich schreiß nicht. Ne, war nur Spaß. Bei der letzten Folge haben wir ihr erfolgreiches Haus gebaut, mit insgesamt 13 Fackele. So haben wir schon geschafft. Heute geht's ab, hier mit 13 Tagen. Ich würde dir sagen, ich kack mir an die Haus, wenn man nur in der Hölle ist. Wir sagen ja, ich grabe weiter bis zum Schatz von, ich kack mir in die Haus. Ja, warten wir an die Vorbauern, wir haben noch gar keine Möglichkeit, als man hochzukommen oder kann es sein. Ja, noch sind wir noch mit. Hauptsache, ich bin uns doch gestürzt, das ist komisch nicht mehr hoch. Oh, 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 lecker, Sanchendorfer, Mauskulver. Gesundheit. Dafür liegt es ganz gut, gell? Äh, wir sind voll verplanet, ich mache es erst mit dem Torfhacken. Aber egal. Wenn ich noch einen hätte. Ich konnte nicht mehr hoch. Ich konnte nicht mehr hoch. Naja, es ist halt schwierig. Ist halt schwierig. Aber es ist auch ein gutes Spiel wie Terraria. Also ein mittelmäßiges LP-Semal. Ich würde dir sagen, ich gehe jetzt anhand von der Kommentare, könnte ich ablesen, wie... Ja, dann schlade was vor oder so. Dann gehen wir runter oder so, gehen wir runter jetzt. Aber wir müssen ja irgendwie hochkommen. Ablaust. Wir müssen ja mal ablesen, es ist gar nicht so stark. Aber ich bin jetzt am Anfang mit dem Torfhacken. Hier haben wir da gebrochen. Da habe ich aber noch ein kleines Spiel. Ich glaube, das ist nicht so. Wie ich möchte es euch auch gerne tun. Ich muss mal schauen, ich hab noch ein kleines Spiel. Genau, ich brauche es jetzt noch lernen. Ich kann das vielleicht auch wenn ich denn noch nicht mehr drauflegen. Ich werde so auf minuten. Ich würde mir so ein kleines Spiel. Ich kümmere mich, dass der so ein kleines Spiel, ich bekomme, aber die 70. 70 Holzklappen, die müsste endlich reichen. Am besten gehe ich runter und mache die Holzklappe. In der Zeit, wo du die Fackele dann sitzt. In Ordnung. Ich habe ja 99. Ich kann da auch noch ein paar Fackele gehen. 19 Stück. Achso ey, dann behalte ich meine. Ich muss erst mal die Unrufgrabe noch mal nur. Das Loch der Weißheit. Warte. Ich muss doch das erst mal. Weißen, da weißen, da Fackele und so. Ich kann denn alles mal graben, Facke und doch. Ich habe die Hochstuhe. Oh da. Oh da. Es geht. Na warte, ich grabe damit. Ich schufe dann immer so abwechselnd. Warte. Warte, 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 nee. Warte mal. Genau. Ich muss jetzt erst mal da so verkackte Sprethuppe. Lass wir da nochmal hochkommen. Ja, jetzt. Jetzt kann ich weiter. Psychopath. Ich komme dann immer tiefer. Ja. Was ist denn der Unrufgrabe? Komm Niro her. Das ist ein Dreckblock. Dreckblock. Da ist das doch, Stern, gell? Ja. War da? Na, ist doch egal. Komm runter, oder? Ah, es ist doch immer Stern, da geht nicht gut. Na, halt mal kurz an, warte. Das ist glaube ich Dreck hier. Das ist Dreck hier. Es ist Dreck, ich verstehe. Ha. Grab, mehr Bubche. Grab. Grab, ums Überleben. Das ist Dreck. Oh nein, ich bin nur Idiot. Jetzt mache ich doch die Stärzi. Jetzt mache ich doch die Höhle. Eine das an. Und mache die und Fuku, die Marckelewwolbe. Nein, nein, ich war nur Dreck. Unter zuschauf sind nur Dreck hier. Sini. Eiser, Metall irgendwas. Kupfer, Gold. Platin. Flieger und Gold habe ich nie gewollt, ich werde es erahnen. Super, ich habe nicht ein Fehler gemacht. Graber und Graber weiter. Und es sieht komisch aus. Ohne gibt es Lilla. Dämonenhöhe oder so. Warte, warte, warte. Warum bleib ich noch mal da stehen? Die Scheiße richtig baut, dass man immer hochkommt. Hä? Achso. Wofür die Wettel mit der richtig höchsten Wuppe? Du bist doch oben, oder? Du bist doch über mir, oder? Ich will ja auch so wenig Betten wie möglich machen. Ja, klar. Ich muss nur die Betten so sparsam wie möglich entsetzen. Ich muss nicht zurückkehren. Die Frage, dass ich gerade mal nur nach 8 schläge. Da ist eine Höhe, da ist eine Höhe. In einer Krug. Das holt megmit mit. Wieder sind dein Erl. Das steht nicht so. Das Wuppe ist ein kleiner Hell. erhält man wo sind in der Stadt ich habe die Hedje Herz gefunden das ist doch nicht mal was in der Scheißhöhle die 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 aber wir brauchen schade schade dass ich den hinderkorb packen kann wir bauen sie erstmal dabei wenn es nicht guck mal was da ist noch ja wo ja wo du mal ran und zehn ne ne treck bock schwör Nordrhein-Westfisch gründer oder gar nicht nur an sich und ohne nur am Absichter und am Sonnenbauer war sicherlich an und scheiß Dreck machen langsamer gehen der ist gefunden Silbermünze Kupfermünze und weiß das ist egal wir müssen ganz wohl nach und dann kommen wir schon so bis dabei in der Zeit war das noch Kupfer Nein, das ist nur stehen. Meins, alles meins. Meins, alles meins. Meins, du, X, oder? Asch. Alter, der immer so tönnig ist, oder? Wer war dann so? Wer macht dann so was? Machen wir nur fagelig. Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr fagelig. Für immer im Pornokeller. Da auch schon noch 6 Stück. Und da sind noch monst. Wo, wo, wo. Der Gendeletter hat abgeschnetzelt. Für neue Fackeln ist der Hersteller. Komm, ich komme hin runter. Hier ist das hartnäckig. Da kommt ein Wurm schon. Wie hoch? Da ist ein Wurm. Du musst das schon mal hochkommen. Riesewurm wenn der Wurm geschneckt gerade zerstört machen wir noch machen wir noch so eine Stufe dahin was mich im Frieden wohl mein Charakter 54 wir haben überhaupt als von Maumoke Mordi bis zu tun so für uns die kann und das haben wir weiter ohne und von aus was auch mit uns herrschen für die muss auch noch ja auch bis hier ein jetzt noch mal nachdem er sich nach und bei mir an sich erst gar nicht noch mehr herumzustreffen Tomat und er hat schon sich kristallherzen die Verwendung werden können dann maximal lebensspannend zu erhöhen und sie zu haben Schott der Hammer in der Schädel mit der Trainer und ganz an dem Horst und so in erlernen und so in er nennt sich Trainer das hätte ich mal keine selbst der Urschleuchte schon meine Besuche wo ich abgebaut haben ich bin der Schmacherschlacht Träne hessier Schlachter und Zombies abbruchsen in der Schmacherschlacht 66 Kupfermünze der 4 Krüger hat wohl frisch gestorben Boomerang Boomerang hm ich habe irgendwie voll drei Granate schon ne was braucht man eigentlich für sich große Verlusten für was Wasserbau hierher ich glaube Holz und ich weiß noch genau warte mal ich guck mal für Du brauchst Du 2 Eisebarre und 8 Holz 2 Eisebarre und 8 Holz da hast du noch gar kein Schmelz auf Schmelz auf ja gut masserische Bild nämlich nicht haha masserische Bild nämlich nicht mal in den Fernseh würde na da kommt auch schnell zu regeln ich glaube ich gern krank dann bin ich doppelt krank die er hat das wird so gut ich so treibst du schon rum es hat ja merkel ist der ruck dahin am ecken sieben gar kein speiter hacke ha ha ich sehe die auf gott was hast du jetzt davon nein der trick sich nur der schwarzen schwarzen ich weiß nicht So und das war es mal wieder für heute, let's play Terraria, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao. Servus, ciao.